Namaste, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video. Heute gucke ich mehr, weil Supriya, eine Zuschauerin, hat mir das empfohlen gehabt. Wir gucken um sechs Commercials mit Ashwarierei an. Das wird ein Part 1 sein, Part 2 wird auch irgendwann kommen mit anderen Commercials, die etwas länger dauern. Das sind sechs Commercials, die nicht länger als 30 Sekunden ungefähr gehen. Und ja, würde ich mal sagen, bin gespannt. Ashwarierei ist eine sehr tolle Schauspielerin, sehr hübsch. Aber ich habe noch keine Werbung, also keine Commercials gesehen. Ziemlich gespannt. Oh, Real Paris. Wow. Wow. Oh mein Gott. Diese Augen und wie dieses Make-up gemacht wurde. Echt toll. Wow. Sehr schön. Das ist sehr schön. Wirklich. Wow. Und im Hintergrund Eiffelturm. Ihr Outfit ist auch sehr schön. Passt voll zu ihr. Okay. Das war jetzt Commercial Nummer 1. So, das nächste ist wieder L'Oreal Paris Commercial Featuring Sonam Kapoor und Katrina Cave. Okay. Sehr interessant. Wow. Katrina Cave. Wow. So is our hair. And different hair needs different hair. Oh. Okay. Ashwarii right in the middle, the center. As the leading, as leader. Und Katrina Cave. So nahm Kapoor. Wow. Hübsch. Oh. So. I will get this one. Oh. Oh. Yeah. Beautiful. so next one ttk prestige scott glass what's that baby ready oh with her her husband what she used it as nero beautiful huh yeah no no i mean not as beautiful as you oh wait funny okay l'oreal commercial 2013 i'm gonna mission to save the world from hair damage l'oreal paris creates total repair 5 it's revolutionary ceramide cement repairs hair fall dry hair rough hair dull hair and split ends wow it's strong it's healthy and it shines five problems one solution mission and humphries new total repair 5 from l'oreal paris nice cool this was nice so the last one looks star panel okay i don't know what is that but it looks really like this in india is this soap wow wow oh my god did you see her eyes here okay really nice really nice really nice from which year is that commercial but it's nice was funny and her eyes here was so beautiful wow really beautiful wow yeah do you know more commercials with ashwara rai you can write it in the comments and yeah so i loved it it was very nice to watch it it was very nice to watch it especially the funny thing was with the abhishek bachan it was cool yeah thanks to priya for sending me the links and yeah stay all safe and see you in the next reaction don't forget to watch my other ashwara rai reactions i have a lot of it and many many will continue coming soon bye bye bye